Wenn mich Leute fragen, ob ich in Filmschulen gegangen bin, dann sage ich ihnen, nein, ich bin in Filme gegangen. Bist du Theoretiker oder Praktiker? Sicher, Kill Bill ist ein gewalttätiger Film, aber es ist ein Tarantino-Film. Man geht ja auch nicht in ein Metallica-Konzert und bittet die Piep, die Musikleiser zu stellen. Würdest du deine Art ändern, nur weil andere Menschen damit nicht zurechtkommen? Irgendetwas hat mich in der Schule ein wenig aufgehalten. Für alles, was mich nicht interessiert, kann ich nicht einmal Interesse vortäuschen. Wie ist dein Verhalten bei Sachen, die dich nicht interessieren? Beißt du dich durch? Ich habe immer gedacht, dass meine Soundtracks ziemlich gut sind, weil sie im Grunde das professionelle Äquivalent zu einem Mixtape sind, das ich zu Hause für dich machen würde. Stehst du hinter deinen Ergebnissen und gibst dein Bestes? Als Schriftsteller verlange ich das Recht, jede Figur der Welt zu schreiben, die ich schreiben möchte. Ich verlange das Recht, sie zu sein. Ich verlange das Recht, sie zu denken. Und ich verlange das Recht, die Wahrheit zu sagen, wie ich sie sehe. Was erwartest du im Leben oder von der Welt? Und was gibst du im Gegenzug zurück? Warne Was erwartest du im Servicesen mit Golden State? Was erwartet du im. Vielen Dank.